Also, dein Alltag wirft lauter spannende Fragen auf. Zum Beispiel möchtest du gern herausfinden, was eigentlich afrikanische von indischen Elefanten unterscheidet. Es ist noch nicht lange her, dass die Suche nach solchen Antworten kompliziert und mit Kosten verbunden war. Du musstest entweder eine 32-teilige Enzyklopädie kaufen, in der Bibliothek ein Buch bestellen oder vielleicht sogar in den Zoo gehen, um selbst nachzusehen. Puh! Heute ist es für dich selbstverständlich, Antworten auf all deine Fragen im Internet zu finden. Innerhalb von Sekunden bekommst du die Information online, zum Beispiel in der Wikipedia. Super! Leider ist der Zugang zu Wissen in vielen Bereichen immer noch beschränkt. Für den Zugriff auf Forschungsergebnisse, Bildungsmaterialien und Kulturgüter, die teils sogar öffentlich finanziert wurden, musst du meist zahlen, wenn sie denn überhaupt verfügbar sind. Wäre es nicht toll, wenn viel mehr Wissen für alle zugänglich, also frei wäre? Dann könnten sich zum Beispiel Forschende aus der ganzen Welt zusammentun und vielleicht eine neue Elefantenart entdecken. Denn gemeinsam erreicht man nun mal mehr. Wir bei Wikimedia Deutschland nennen dieses Konzept freies Wissen. Wir setzen uns als gemeinnützige Organisation dafür ein, dass das Wissen der Menschheit für alle frei zugänglich und nutzbar ist. Gegründet wurde der Verein von Freiwilligen der Wikipedia. Durch diese Wurzeln sind wir ihr bis heute eng verbunden. Die Unterstützung der tausenden von Ehrenamtlichen in Deutschland, die sich unermüdlich für die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte einsetzen, ist ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Und wir tun noch viel mehr für freies Wissen. Wir entwickeln auch die Software, auf der Wikipedia läuft weiter. Und wir haben die freie Wissensdatenbank Wikidata geschaffen, die riesige Datenmengen für Menschen und Maschinen lesbar und damit nutzbar macht. Außerdem arbeiten wir mit Institutionen und Verantwortlichen in der Politik, um in der Gesellschaft das Verständnis zu verankern, dass Wissen frei sein muss. Ob einfach nur neugierig oder Elefantenforscher, wir alle können etwas beitragen. Werde Mitglied bei Wikimedia Deutschland und setze dich für freies Wissen ein.